Hallo zusammen, ich bin Dani von Topfit wieder. Wir haben eine spezielle Situation und deswegen haben wir uns überlegt, wie wir euch zu Hause erreichen können. Mit einfachen Sachen, ein intensives, kurzes, knackiges Training zusammenzustellen, wenn ihr jetzt nicht mehr ins Fitness könnt, ins Topfit oder wo auch immer. Das könnt ihr auch zu Hause machen. Einfachste Mittel zur Verfügung, wie zwei Pettflaschen, einen Stuhl, da könnt ihr schon ein cooles Workout machen. Es geht vielleicht 10-15 Minuten, ein paar Runden. Der Sinn dieser Sache ist, es soll nicht lang sein, es soll kurz und intensiv sein. Ihr könnt schwitzen und könnt euren Stress abbauen, die sich in den nächsten paar Tagen bei euch anstauen. Die erste Übung, die ich euch zeigen möchte, ich zeige immer die Übung vor. Zwei, drei Punkte, die wichtig sind. Ich gehe zur nächsten Übung. Und dann erkläre ich euch das Workout schlussendlich nachher am Schluss, welches wir genau von dem. Gut, die erste Übung sind zwei Pettflaschen. Die könnt ihr füllen mit Sand, Wasser oder was auch immer. Ich könnte sie unten nehmen und mache nachher so quasi eine Kniebüge mit Ausstossen. Schaut, dass ihr eine Rumpfspannung habt, dass ihr ein sauberer Squat habt, dass ihr keine krummen Rücken habt. Ich mache von denen ein paar Wiederholungen. Ich würde sagen 10. Wenn ihr das gemacht habt, die 10. Wiederholungen, ich zeige es noch frontal. Schön gerade bleiben, die Brust bleibt hoch. Wenn ihr den ganzen Körper eigentlich trainiert. Das nennt sich Truster, Kniebügen und Ausstossen. 10 von denen. Nachher brauchen wir einen Stuhl. Ich leuchte unter dem Stuhl durch. Nachher ihr ein Brett. Haltet da. Verzieht euch darauf, so hoch wie wir es können. Oben hält man 2-3 Sekunden. Nehmt euch wieder runter. Ohne, dass man ganz abliegt. Und dann machen wir 10. Der Rumpf ist immer gut gespannt. Nehmen wir das Hände. Zunächst eine Übung. Purpees. Spannung im Rumpf. Bein anziehen, hüpfen. Lügenstützung quasi. Bein anziehen, hüpfen. Und dann wieder 10 von denen. Und dann gehe ich das Ganze weiter. 10, 10, 10. 3-4 Runden. Und ich würde sagen, wir sind nachher bedient. Wir wünschen euch viel Spass und eine gute Zeit. Aus unterstützt. Aus 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 Aus